Ich hoffe, ich bin nicht mehr drin in dem Team, weil das muss ich brauchen. Geht raus! Es ist doch schöne Arzt! Ich baue jetzt ein einwandfreies Einhorn. Doughboy macht nicht mit. Ja, du bist auch einfach rausgegangen, was ist das? Aber ein Wolfen Neuer, oder? Mir ist ja gar nicht schlecht. Ich ist am besten mit Doughboy. Ich meine, ich kann auch die Runde mit Doughboy spielen, sonst nicht. Der baut aber einfach nur TNT... Doughboy! Der baut aber nur TNT-Black aufeinander. Ich weiß nicht, was der macht. Jetzt explodiert er sie. Nein, Doughboy, wieso? Oh, Thema Tiger. Tiger ist auch stark. Okay, ähm, ja, dann, warte mal. Öffne deinen Kreativinventer. Ich hab dich schon wieder geliebt. Ich hab dich geliebt, nicht geliebt. Ja, ist echt so. Warte, woher öffnet man das Menü? Woraus bauen wir denn unseren Tiger? Ich baue meinen Tiger gern aus dem Wolle. Warte, stopp, ich baue den Tiger. Was? Wollen wir bauen so einen, äh, einen Baum? Äh, und der hängt so quasi auf einem Ast drauf. Okay, okay, das ist stark, das ist stark. Oder? Ja, ja, mhm. Dann kannst du den Baum bauen? Ja, aber dann brauchen wir erst den, den Baum und dann erst den Tiger, oder nicht? Ja, auf geht's, komm. Ja, warte, ich baue hier einen Baum. Hier, hier, hier. Ach, du hast schon einen Baum. Okay, dann, ich hab anderes Holz als du. Aber das ist nicht schlimm. Ich baue hier den Ast. Ich hab, ich hab jetzt das Gleiche. Äh. So, bau du mal hier deinen Tiger drauf und dann mach ich... Warte, 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 ich mach den Baum grad ein bisschen stärker. Ja. Dann mach ich Baum. Baum, Baum. Baum. Auch schön, hab ich gehört. Ist auch immer wichtig, dass man das Holz schief baut, wenn man Bäume baut. Ja, das ist ein Baum wichtig. Dann wird das nämlich ein guter Baum, hab ich, äh. Komm, 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 du musst den so machen, dass der immer so ein bisschen dünner wird. Ja. Und dann hier irgendwie so... Ja. Ne, aber das sieht jetzt merkwürdig aus. Ich, ich find das nicht schön, Flo. Es tut mir leid, aber es ist kein schöner Baum. Es ist auch nicht fertig. Es ist kein schöner Baum. Es gefällt mir überhaupt nicht. Ja, du bist auch kein schöner Baum. Alles klar. Wir gleich persönlich werden. Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Wenn du sagst, das sieht nicht gut aus. Der schreit sich jedes Mal an. Also, ich wollt's nicht sagen, aber es ist ein echt hässlicher Baum, den wir haben, Flo. Ey, der ist noch nicht fertig. Guck dir das mal ein. Der sieht voll blöd aus. Niemand wird schön geboren. Doch. Außer ich. Danke. Danke, Flo. Das hat Spaß. Ich hab jetzt den Ast hier dicker gebaut, damit du ein Fundament für deinen Tiger hast. Ich find's schön, wie der Baum einfach hier in der Mitte gar nicht mehr wirklich holz hat und einfach gar nicht stehen könnte in echten Leben. Das gefällt mir besonders gut. Ja, ja. Eigentlich ist der Baum ja ganz geil. Was ist das für ein riesen Ast hier? Was soll... Das ist der Tigerast. Offensichtlich. Ich baue jetzt hier Blätter um den Baum rum. Alles klar. Wir müssen den Ast wirklich durchgebogen machen. Ich will hier... Ich will hier... So. Leaves. Was haben wir denn für Dark Oak? Richtig? Ist das... Passt das zu unserem Baum? Ja. Mach Dschungelleaves. Das sieht am coolsten aus. Alles klar. Dann... So wie dein Teampartner, meinst du? Du musst du machen. Schau so. Dass es runterhängt. Oh, okay, okay, okay. Ja, ich mach jetzt aber erstmal überall Blätter. Das ist wichtig für den Baum. Hab ich gehört. Weil... Je mehr Blätter, desto baumiger sieht das Ganze aus am Ende. Je mehr Blätter, desto baumiger. Voll Mistig ist. Ja, also Leute, die einen Baum bauen wollen, dann guckt einfach hier zu. So macht man das. Schritt 1. Der Stamm, den ihr schon mal Flo gesehen habt. Schritt 2. Yeah! Äh, Blätter. Aber wichtig. Nicht symmetrisch anordnen. Sonst sieht es irgendwie echt merkwürdig aus. Vier Minuten noch. Oh. Ey, guck mal, mein Arzt ist durchgebogen. Oh, das ist stark. Dein Arzt ist irgendwie viel schöner als der Arzt, die ich mich gebracht habe. Aber das ist jetzt egal. Das tut nichts zur Sache. So. Ey, wie sieht ein Tiger aus? Boah, mit so schwarzen Flecken, oder? Ne, der hat Streifen. Der Tiger hat Streifen. Warte mal. Du meinst, du meinst, ist ein Leopard. Oh Flo. Flo 20, weiß nicht, wie ein Tiger aussieht. Ja, Flo kennt sich gar nicht aus mit Chemie und so. Total schlimm. Ja, immer ärgerlicher. Wie so eine Katze, die so irgendwo drüber hängt. Ja, richtig, richtig. Oh, das machst du schön bestimmt. Dann kannst du noch so machen, dass ich... Ja, das machst du wirklich schön. Kannst du so einen Schwanz machen, der sich so rumkringelt? Meins sieht aus wie ein oranges Zebra. Was? Meins sieht aus wie ein oranges Zebra. Du siehst aus wie ein oranges Zebra. Nein, meins. Au. Meins sieht aus wie ein oranges Zebra, das meine ich. Ja genau, du siehst aus wie ein oranges Zebra. Richtig. Oh, das ist so schön, was ich hier baue. Mit den Blättern nicht, äh, ich bin ganz... Ich schwimme ein Tier, ich bin übrigens geil. Ja? Ja, der Tiger ist nicht so... Das ist gar nicht so schlecht. Der Kopf ist zwar noch nicht ganz da, aber... Ich hab hier mal Blätter vergessen. Das ist passiert im Besten. Das ist nicht schlimm. es ist so schön aber leider überhaupt nicht schön aber vielleicht wird es noch wenn man ein auge zu kneift und das andere auch dann ist es wirklich das schönste was ich je gesehen habe guter einwand ja ich wollte so leuchten 20 sekunden so eine ellipsenförmiges 3d ding ist was schon das ist in alle richtungen zu mir geht okay alles klar kein problem noch ist es nicht zu spät okay du machst den umriss ich mache das innen drin umriss kann man mir scheinbar nicht zutrauen ja okay okay dann mach du den tiger ich mach das hier ich bin hier erfahrener blattbauer jetzt ist mir leid ich wollte das nicht es kamen die blätter sie waren einfach überall das sieht schön aus das ding ist wenn man nah dran ist denkt man sich äh so schlecht sieht es gar nicht aus aber dann dann super ein bisschen raus und denkt sich also au weia was immer gut aussieht ist wenn du die plätze runterhängen lasst das habe ich probiert es war nicht bei mir so schön wie bei dir das sah mehr so ein bisschen kaputt aus was denn das wird das ist richtig schwer das ist richtig schwer zu machen das ist alles klar nein 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 schwarzer bannern und dann ein okay ich hab die lecker zu aah ich bin so ein gott im blätterbaum okay kurz guck ich mir mal deinen tiger an der sieht der sieht nicht schlecht aus oh pfff das sieht richtig komisch aus meint sieht irgendwie so aus wie ein propeller das soll das so lassen ja das kannst du so lassen der baum lenkt eh vom tiger ab mach doch gras als boden geht das kannst du das noch machen wir haben keine zeit mehr 12 11 10 9 8 oh nein der sieht feuchtbar aus was ist denn das der baum ist gar nicht so schlecht geworden abstimmen abstimmen ich finde es ist es legendär ich kann es leider nicht selber abstimmen aber es ist wirklich schön das sieht wirklich so aus er hätte nicht gut werden können aber Ronja hat mit dem baum abgelenkt ah guck mal wo ist denn das ein tiger das ist einfach ein mensch das ist das ist der sieht nicht schlecht aus der sieht guck mal die haben auch schöne bäume ich geb ihm ein gut okay der sieht nicht schön aus der hat ihn aus wollen obwohl das ist noch ein zweiter ja das ist echt so floh was mit deinem tiger los hier noch so oh ja ich baue den tiger und dann und dann sowas ich hab ihn gut gegeben ja ja immer auf den baum schieben ne ich mein selbst der hat auch keine nase was ist denn das der sieht voll hässlich aus okay das ist mit ich glaub da wusste jemand nicht dass man diese anderen blöcke hat und hat einfach mit den startblöcken gebaut soja stimmt's warte guck mal der sieht auch nicht schlecht aus schau mal wie oh der hat keinen kopf richtig also kein kein ich hab ihm okay gegeben was ist das wie so ein ducky der hat kein was ist denn ohne ich hab legendary gewollt ich hab ihn aus versehen oh nein ich hab ihn gewollt was ist das lol Frosties oh das ist nicht schlecht ist das echt ja vom Frosties oder wie die anderen heißen oh god das ist der hässlich der hat einfach keine Ohren der sieht so merkwürdig aus guck dir das mal an Was ist das? Oh mein Gott, der Knopfwagen. Oh, wir haben gewonnen! Was? Wieso haben wir gewonnen? Ich bin der Brütertiger. Julia, jetzt kannst du bitte mal schauen, was das geil ist. Das ist das geschallte Tiger, den ich je gesehen habe. Wir haben es jetzt echt gut gemacht. Baumeister. Was willst du denn bei Baumeister machen? Ich bitte dich. Wenn mein Hirn denkt gerade, warte. Okay, alles klar. Wir bauen einen Kran. Ich baue einen Kran. Ich will keinen Boden machen. Du machst Boden. Ich mache den Kran. Und zwar aus... Woraus macht man Kräne? Aus Camelstone. Eine Wand. Oh, okay, okay, okay. Und dann zwischendurch so eins, zwei, drei, vier, fünf und deine nächste Pillar. Ach so, einfach eine Pillarwand. Es gibt... Wir brauchen eine Absperrung, okay? Wo innen drin die Bauarbeiter arbeiten. Und dann machen wir so eine Walze. Und dann machen wir drin so Dings, wo so Zement gemacht wird. Ja. 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 Richtig. Dann baue ich einen Kran, okay? Okay, baue du den Kran, ich vertraue dir. Das wird ein schöner Kran. Vertraue mir ruhig. Ich habe noch nie... Ich baue den Tiger. ...den Kran gebaut. Das wird... Das wird... Warum ist hier komisch so? Ich will nicht selber wollen. Wieso den gelben Kran? Ich sehe Kräne. Der Kran ist immer gelb. Nein. Hä? Okay, der war... Ach, dieser typische Kran. Okay. Dann war ich halt ein gelben Kran. Und war der innerhalb von dem Dings hier, wenn es geht. Okay, alles klar. Sonst noch eine Forderung? Äh, ja. Okay. Und zwar? Da muss richtig schön gut riechen der Kran. Hm. Okay, das wird schwierig. Kräne sind meist, äh. Junge... Mein teammate, der steht einfach da. Oh, mein Gott. Irgendwelche Blöcke weg, die einfach gar keinen Platz haben. Geh doch weg! Er hat... Er hat... Er hat... Der Vorbeschwerter sich die ganze Zeit. Ja, mein teammate ist einfach geliebt. Ist einfach weggegangen. Du, du, du. Wer macht sowas für den Nächsten? Ich wette... Ich wette, der andere denkt sich auch gerade, Junge, mein teammate kostet noch gar nichts. Nee, ich baue ja gerade, weißt du? Ja, ja. Ja, der lässt sich inspirieren von dir. Ja, wenigstens hilft er wenigstens hiermit, weißt du was? Ja, warum bist du so wütend, Tobes? Er versucht dein Bestes. Ja, weil ich weiß nicht, wo ich da stand, wo ich bauen wollte. Ja, das weiß der doch nicht. Kann er Gedanken lesen? Ich denke nicht. Schreib ihm doch. Ja, schreib ihm doch. Vielleicht freundet ihr euch ja ab. Wär doch auch schön. Ja, Mann. Add in of Epic Games und spiel dir Fortnite. Oh. The Dream. Oh Gott, mein Kran wird nicht gut, Flo. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Es ist nicht böse, es ist nicht böse. Okay. Das sind motivierende Worte. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber mach die... Ja, okay. Ich weiß nicht, wie hoch du bauen kannst. Mach lieber diese Löcher nicht so groß. Ich wollte aber noch so Diagonaldinger durchbauen, weißt du? Wie bei so einem Fahren. Ja, es soll auch kein Käse werden. Aber... Haben Kräne nicht so diese Diagonalteile? Äh, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, guck mal, mach doch hier so Dings. Äh, in den Ecken. Mit Krieg? Das ist immer gleich persönlich, ne? Du brauchst Diagonaldinger nicht. Warte mal. Mach einfach... Aber die sind schön. Mach die mit Zäune. Mit Zäunen? Aber... Okay. Pass auf. Wie sieht es besser aus? Ja, ja. Sieht wirklich viel besser aus. Okay, alles klar. Kein Problem. Ich mache die Zäune. Oh Scheibenkleister, das wird knapp. Ja, der Junge versteht's. Er weiß es. Ja! Du! Der Zaunt ja alleine schon richtig schön zu bauen. Alles wieder weg. Das ist... Das ist... Mach ein Votekick. Alles klar. Ja, echt so. Votekick ihn doch einfach. Was ist das Problem? Schmeiß ihn einfach raus. Aus deinem Team. Sag ihm, I don't like you und dann kick ihn. Und dann schreibt Tupf wieder, please be gentle. I am had to be alone. Nope. Oh Gott, es sieht nicht aus wie ein Kran. Er sagt Tupf den echten nach, please be gentle, I am alone. Mit Spaß. So, okay. Es ist wichtig jetzt Kranarme zu haben, habe ich gehört. Wie macht man das denn jetzt sinnvoll? Oh! Du machst das? Okay. Baut unten irgendwie so einen Haufen oder so. Einen Haufen. Okay, ich baue einen Dirthaufen. Das kann ich. Aber ich glaube der Junge weiß was ich meine. Warte, ich baue dir hier ein Loch, damit du das ausheben kannst. So ein bisschen. Ja? Guck mal, ihr seid wie eine Person. Ihr seid so gut im Kommunikation. Ja, ich meine, ihr macht einfach so einen Haufen, so einen natürlichen Haufen oder so. Mache irgendwie so ein paar Kisten an den Ort, ein bisschen Heuballen und dann nicht Heuballen. Aber... Du machst öfters meine natürlichen. Oh boy. Chill, guck mal. Das wird richtig gut. Freunde, wir werden das holen. Ich seh schon. Ich finde deine Umzäunung ist wirklich gut. Also... Der sieht überzeugend aus. Komm mal. Und dann schaut ihr das mal an. Oh! Not bad. Es sieht aus wie ein Kran, das hier. Ist noch ein Kran. Also, so. Wenn man das Thema weiß und dann auch sieht. Und sich ein Auge zuhört und das andere auch. Dann ist es ein schöner Kran. Also vor allem die Basis gefällt mir gut. Der sieht stabil aus. Und nicht, als ob er gleich über... Kippt. Was denn? Oh! 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 Warte, warte, warte. Jetzt kommt der Killer. Pass auf. Oh, du baust einen Container da rein? Nee, 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 nee. Oh, so Holz! Ja! Ja! Sehr gut. Warte, soll ich noch Holz auf den Boden legen? So nach dem Motto, als ob da schon andere Dinge hingelegt wurden? Nee, nee, genau. Warte, schau mal. Machen wir das so. So, warte, schau, schau. Ach so, ob da schon ein paar Fehler passiert? Ja, genau. Warte, ich mach den Anfang komplett weg, damit die alle... Oh, das ist nice. Oh, das ist voll schön. Warte, du machst noch einen drauf gerade? Sehr gut. Ähm, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas, was baustellig aussieht? Oh, 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 oh. Was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, du laidest. In der Baustelle! Und ... hey, das ... ok, weißt du was? Vergiss das, vergiss das, egal. Das wird kein Haus. Ähm.. Ich sag, wir können, wenn ... Dann können wir dem Kran noch so'n orangenes Hütchen aufsetzen. nicht, geht, geschirp, geschirp. Baut du NPCs hin, geht das? Nein, ich weiß nicht wie ich. Warte! ich finde es bestimmt heraus das ist versuche nicht blöcke außerhalb des grundstückes zu zerstören alles was denn der blöcke außerhalb und das grundstück ist zerstören wirklich nicht glas ja glas kann ich glas scheiben glas blöcke und du machst es sehr schön okay und ist bei oben zu ich war einmal okay wo gibt es die wetter 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 mpcs 15 sekunden was ist das denn jetzt was soll es überhaupt sein was haben wir denn da eigentlich gebaut gerade was ist das okay ich sage okay weil ich weiß nicht was der gelbe kasten hier ist diese waren besten und so okay ich gebe dem gut der ist nicht schlecht ja ich gebe auch ein gut okay was hat der hier sind richtig der hat hammer in der hand guck mal aber der kann an der nächsten hand wo ist denn der kran ich sehe kein oder oben der der kram sieht nicht so gut aus ja der kran ist er sollt eigentlich bestimmt ich hab hunger was haben wir hier oder sieht ich meine unsere dirt umgebung ist gar nicht schlecht ich finde den nicht so gut ich weiß nicht was das recht sein soll muss ich sagen es verstört mich ein bisschen wie auf einer baustelle hat ganz ehrlich das ist das ist doch wirklich gut das feeling top hast du das feeling der kran ist einfach ich sag wir gewinnen das schlo okay ne sorry aber dem gewicht super kuk der ist nicht gut der sieht nicht aus wie ein ich habe ansonsten immer gut und okay gewohnt aber oder was ja das ist ein alien warum hat der warum hat der sache was er für arme hat ach lol ja kacke ich habe gut gegeben ich war nett so aus wie ein dämon das linke aus holz ich weiß auch nicht das finde ich jetzt schade guck mal wie kann der gewinnen guck mal wenn du es von weiter weg anguckst du hast echt gut gemacht so das war es dann auch für diese folge ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ihr dann das end da und hoch da unser unser tiger war sehr schön unser tiger war auch besser als die anderen tige würdet ihr sagen ich habe verdient gewonnen oder hätte es den sieg haben ja klar du hattest geil gesicht toms bis zum nächsten mal macht's gut tschau